Rund Und hier so immer Frisuren Nachschnitt Verbrauch Verbrauch Haben wir die Repariert Kämpfte gerade Wo? Ich will mitmachen So viele Die habe ich ja keine Chance Ja! Ich bin doch unschuldig Ich bin unschuldig Und die sitzen einfach am BIMPOP Machen nix AFK Oh Oh Ich habe doch nix gemacht Ja, ich kille dich Am Arsch unten Völlig in Ähm Oh, sozial Ich verstehe Wieso gehen die auf den Level 6 Mann, ist egal Oh Komm, die Punkte von mir Das ist doch unfair Komm, besiegt sie Hey Big Papa Oh Keine Chance Keine Chance Geh weg Oh Frisch rasiert Tja 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 Das interessiert mich jetzt wirklich nicht Voll Voll die Pussy singen Tja 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 Ich bleib einfach mal hier liegen Am Fuße des Baumes Am krummen Am krummen Baum Am schräg gewachsenen Baum Und der Mond glüht Auf die Leiche von mir nieder Lalalala Lalalala Voll Schlecht Ja, soll ich jetzt ein Chat schreiben, damit alle kommen? Schau mal ab Schau mal ab Schau mal ab Schau mal ab Beim Krater Ich weiss nicht, wie der Bind heisst Ich hab ihn noch nicht benutzt, oder Ja Schon benutzt, aber nicht Um Afk Herumsitzen Was soll ich jetzt mal Warten Wir gehen mal zu einer Burg Wir gehen mal zu einer Burg So Wir gehen einfach mal hier hinten Irgendwo Irgendwo unsichtbar Irgendwo einen Weg rüber Auf Nicht bauen Auf Sehen Sehen immer scheisse Aber Auf Ach gut Ach gut Sehen Wir gehen mal zu einer Nach Nacht schon wieder Ja Hier oben So Ist immer Ist immer irgendwie voll Ist immer voll Nochmal ein Ist immer Schauen wir uns mal diese Burg Hier gibt es Hier gibt es sogar noch ein Reichs Hier gibt es sogar noch ein Quest Da haben wir sowieso keine Keine freie Quest Gehen wir mal hier nach oben Da ist einer Da ist einer Eine Schmiede Scheen Hier können wir ganz nach oben Die Aussicht genießen Auch wenn sie nicht sehr groß Ist Ist Kann leider nicht weit Sehen Okay Hier ist nichts Und ein Bild das Flackert Überall Bilder So So Mal gucken Eine riesen Statue Von einem Zwerg Da können wir nicht rein Die halten die grossen Fackeln Das blaue Meer Und das blaue Meer ist Hier zu sehen Ah Hier ist Hier kommen die Steine rein Genau Wenn man hier die Steine hat Dann Was ist denn Die Steine Sind die hier einfach geschätzt Man muss da zu diesem Tor gehen Und die Steine einsetzen Das Tor ist Irgendwo hier Hier Das ist das Tor So Und dann kann man zu einem Drachen und der Drache Gibt uns dann einen Wunsch Entweder mehr Erfahrung Mehr Gold Oder die Gegner schwächen mit Weniger Erfahrung Weniger Gold Und Dann sogar noch ein Battle Kämpfen alle gegen alle Wer überlebt Kommt eben als Gutes über Aber eben Da muss man das Schärkste sein Oder der der am meisten Glück hat Sein Irgendwo verstecken und dann den letzten Abschießen Okay Ich werde mich hier unterstützen Nein Hätte ich jetzt nicht gedacht Ich bin gestorben Wow Ich bin gestorben Und ich lebe noch Stellt euch das mal vor So, also Tartenköbis auf In der Weite gehen Da komme ich mal mit Jetzt wird's schon wiedern angegriffen Hier ist Und dann Wir steifen euch einfach mal ein bisschen durch die Gegend.